Wir haben es mit einem absoluten Greenfield-Projekt zu tun, das heißt, wir haben hier nichts vorgefunden. Wir haben Büroräume suchen müssen, wir haben einen Fuhrpark schaffen müssen. Vor einem Jahr hatten wir noch nicht mal einen Mitarbeiter in der Audi Mexico. Jetzt, Ende des Jahres, werden es 200 sein und in einem Jahr, Ende 2014, dann haben wir das Fünffache davon. Und wenn es eine Zahl noch braucht, dann ist das das Interesse an Audi. Wir haben 26.000 Bewerbungen, das ist wirklich der Wahnsinn. Die Resonanz, die Audi hier bekommt, ist überwältigend und weit über unsere Erwartungen. Wir haben seit August schon mehr als 26.000 Bewerbungen erhalten und nicht nur die Quantität ist entscheidend, sondern auch die Qualität. Mehr als 90 Prozent der Bewerber verfügen ein abgeschlossenes Studium, eine Resonanz, mit der wir nie gerechnet haben. Wir haben hier auf der Baustelle, ist natürlich das Interkulturelle, die Zusammenarbeit der Mexikaner mit uns Deutschen. Dort haben wir zu Beginn sehr, sehr viel Wert reingelegt, Teambuilding betrieben, um das Best aus beiden Kulturen für die Baustelle für Audi hier zu nutzen. Wir haben 18 Millionen Kubikmeter Sand bewegt. Wir haben jetzt ein Side-Office, in das wir in Kürze einziehen werden. Das Presswerk ist in vollem Gange, die Medienzentrale sogar vor der Zeit und die Lackiererei, dort haben wir zwei Drittel der Fundamente bereits geschaffen. Da bin ich wirklich stolz auf die Mannschaft, was hier geschaffen wurde. 2014 werden wir hier einen Meilenstein auf der Baustelle feiern, das Trainingcenter öffnen, sodass wir hier vor Ort ausbilden können. Das ist eine der wichtigsten Gebäude, die wir in Betrieb nehmen werden. Das Trainingcenter wird das zentrale Gebäude für das Personalwesen hier in San Josechapa werden. Bereits ab Sommer 2014 werden wir mit der Ausbildung beginnen, mit der Fachqualifizierung und natürlich mit der Personalauswahl. Wir haben es dann mit der Visitenkarte von Audi hier in San Josechapa zu tun. Der Höhenmesser der iPad App zeigt 2353 Meter. Das ist so quasi das Dach der Audi-Welt. Von hier aus an alle Audi-Standorte. Frohe Weihnachten und Feliz Navidad. Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad a todo el mundo. Frohe Weihnachten nach Deutschland. Feliz Navidad a todo el mundo. Frohe Weihnachten nach Deutschland. Feliz Navidad a todo el mundo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017